Als Führer und Kanzler der deutschen Nationen des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das deutsche Reich! Das war vor 50 Jahren, am 15. März 1938, hier auf dem Heldenplatz in Wien. Mindestens 200.000 Österreicher begrüßten jubelnd ihren früheren Landsmann Adolf Hitler, der sie heim ins Reich geholt hatte. Die dagegen waren, zeigten sich an jenem Tag nicht öffentlich. Die Propagandabilder zeigten nur die Jubler. Wie viele Österreicher 1938 wirklich für den Anschluss waren, das ist heute nicht mehr genau festzustellen. Die Befürworter, soweit sie noch leben, stehen oftmals nicht mehr zu ihrer damaligen Überzeugung. Und nach dem Kriege haben sich die meisten Österreicher lieber als Hitlers erstes Opfer gesehen, denn als seine Mittäter. Erst jetzt und nicht zuletzt natürlich durch die Waldheim-Affäre, stellen sie sich Fragen wie diese. War das ein friedlicher Anschluss oder eine Vergewaltigung? Warum war kein Widerstand möglich, politisch oder sogar militärisch? Wäre Widerstand politisch oder militärisch völlig aussichtslos gewesen? Warum hat das Ausland damals tatenlos zugesehen? Wie ist es zu bewerten, dass über 99 Prozent der Österreicher für die Einverleihung stimmten? Sind die Märzereignisse, wie hier meistens schamhaft umschrieben wird, ein österreichisches Trauma? Wiener Opernball, Januar 38. Bundespräsident Miklas und Bundeskanzler Schuschnig trinken auf die Zukunft Österreichs. Die oberen paar Tausend beim Tanz, einem Tanz auf dem Vulkan. Österreich ist arm geworden. Sozialer Zündstoff hat sich angehäuft. Politische Explosionen drohen. 600.000 Arbeitslose. Und anders als im Deutschen Reich geht ihre Zahl nicht zurück. Österreich, einst mächtiges Zentrum der Habsburger Monarchie, versinkt in wirtschaftlichem und politischem Chaos. Österreich-Ungarn im September 1918. Die morsche Doppelmonarchie am Ende eines Weltkrieges, den sie nicht überlebt. Das Riesenreich der Habsburger mit über 50 Millionen Einwohnern zerbrückelt. Der Rest ist Österreich. Eine Republik mit 6,5 Millionen Einwohnern, abgeschnitten vom traditionellen wirtschaftlichen Hinterland. Mit Wien als einem bürokratischen Wasserkopf, der kaum mehr etwas zu verwalten hat. Ein Staat, so scheint es, ohne Zukunft. Daher proklamiert die provisorische Nationalversammlung im November 1918 den Anschluss an Deutschland. Doch in Saint-Germain bei Paris diktieren die Sieger in den Friedensvertrag, die Unabhängigkeit Österreichs ist unabänderlich. 1934, ein Arbeiteraufstand wird blutig unterdrückt. Kurz darauf, Bundeskanzler Dollfuss wird von österreichischen Nationalsozialisten ermordet. Sein Nachfolger Kurt Schuschnig, links im Bild, mit Hitlers Außenminister Neurath, muss zwischen seinen Nachbarn lavieren. Garant der österreichischen Unabhängigkeit ist der italienische Diktator Mussolini, der ein übermächtiges Deutschland fürchtet. Doch im Sommer 1937 kommen sich Mussolini und Hitler näher, auch in der Österreich-Frage. Schuschnig steht allein, draußen ohne Verbündete, drinnen gegen immer mehr Feinde seines autoritären Ständestaats. Der Austrofaschismus war das, was das Wort sagt. Es war eine Diktatur, eine Einparteiendiktatur, die sogenannte Vaterländische Front, hat also die Kommunisten und die Sozialisten, auch die Nazis eingesperrt und eingelacht kamen, dass sie sich zu Wort gemendet haben. Und ich bin also in einer Atmosphäre der Illegalität aufgewachsen. Mein Vater wurde mehrfach verhaftet, als Organisator der Roten Hilfe, indem er wieder Geld aufgetrieben hat für Inhaftierte. Mein Vater wurde dann zu einem halben Jahr verurteilt, viele seiner Mitstreiter und illegalen Leute auch natürlich. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an zum Beispiel an einen Karfreitag, wo die allerchristlichste Regierung meinen Vater abgeholt hat und wir Kinder sind da mit der Mutter zu Hause blerrend gesessen. So waren unsere heiligen Ostern, die Auferstehung und alles. Faschistisch oder nicht. Reaktionär ist dieser Staat auf jeden Fall. Auch klerikal und antidemokratisch. Ein Ständestaat, in dem die mächtigen Gruppen bestimmen, nicht die Bürger an der Wahlurne. Gegner werden eingesperrt. Vor allem junge Leute fühlen sich von provinzieller Enge abgestoßen. So auch der damalige Oberschüler Otto Schulmeister. Das Eigentliche war aber, dass uns, also mir jedenfalls und auch viele meiner Schulkollegen, auch solchen, die Zionisten oder Marxisten waren, die ganze Zeit und die Umstände nicht gepasst haben. Die waren uns zutiefst zuwider. Der Ständestaat, es waren uns aber auch die, der Österreicher, also sogar der Austromarxismus, nichts außer einer kurzen Periode, das uns angesprochen hat. Hingegen sahen wir das klein gewordene Österreich Bürger eines Kleinstaates, den man so als eine Art Schuhabstreifer betrachtet hat, wie da drüben unter dem Österreicher Adolf Hitler sich eine Macht aufbaut, in der, vor der Europa im Osten wie im Westen großen Respekt empfand. Das Deutsche Reich. Militärisch aufgerüstet, aber dadurch hoch verschuldet, bis an die Grenze des Staatsbankrottes. Hitler braucht die Expansion. Den Widerstand der Wehrmachtsführung bricht er Anfang 1938 in der sogenannten Blomberg-Fritsch-Krise. Der Eid dieser Soldaten gilt nun dem unumschränkten obersten Befehlshaber der Wehrmacht. Von den Berchtesgadener Alpen geht der Blick hinüber nach Österreich. Auf dem Obersalzberg hat sich Hitler sein weitläufiges Refugium eingerichtet, wohl nicht zufällig in der Nähe seiner österreichischen Heimat, wo er lange Zeit von Amts wegen unerwünscht war und wo die NSDAP verboten ist. Erst seit sechs Jahren ist Hitler deutscher Staatsbürger. Auf seinem Berghof empfängt er Gäste. Hier den Münchner Gauleiter Wagner. Für den 12. Februar 1938 bestellt er sich den österreichischen Bundeskanzler. Ein letzter Augenzeuge. Reinhard Spizzi, Österreicher, als illegaler Nazi ins Reich emigriert, Mitarbeiter von Außenminister Ribbentrop. Das also sind die traurigen Reste des Berghofs, die man übrig gelassen hat. Hier vorne wäre die Treppe gewesen, auf welcher Hitler Schuschnigg im Februar 1938 empfangen hatte. Dies war vor einem halben Jahrhundert und ich war dabei. Wir waren da, die General Sperle, Adjutanten wie ich, Sekretäre und genossen diesen Augenblick natürlich sehr. Binnen und Kurzen aber wurde Schuschnigg gebeten, in Hitlers Privatwohnung in den ersten Stock hinaufzugehen. Dort hatte er seine Bibliothek und einen kleinen Salon. Und unten an der Treppe wurden zwei SS-Leute aufgestellt und es war strengstens verboten, zuzuhören. Was uns sehr leid tat, denn wir hätten gerne gewusst, was da oben zwischen diesen zwei Österreichern gesprochen wurde. Denn es war ja merkwürdigerweise, dieses Treffen eigentlich eine fast rein österreichische Angelegenheit. Nach ungefähr zwei Stunden kam dann Schuschnigg sehr nachdenklich, vielleicht auch etwas ramponiert, herunter. Hitler dürfte ihm, wie man modern sagt, Saures gegeben haben und Schuschnigg war völlig überrascht. Den Papen, der diese Interview angeregt hatte, hatte sichtlich Schuschnigg gesagt, Herr Schuschnigg, diese Unterhaltung muss irgendwann einmal stattfinden. Jetzt, nach der Blomberg-Fritz-Krise, jetzt ist Hitler angeschlagen, jetzt ist er weich, fahren Sie jetzt. Und Schuschnigg ließ sich überreden. Zu seinem Staunen fand er aber einen völlig frischen, unentwegten Hitler vor, der mit ihm sehr hart redete. Was Hitler seinem Gast gesagt hat, nennt Schuschnigg später eine Erpressung. Hitler verlangt ultimativ Regierungsumbildung in Wien, sein Vertrauensmann Seis-Inquad als Innenminister, Wiederzulassung der NSDAP, Amnestie für Nazis. Doch gleichzeitig lässt er den Einmarsch vorbereiten unter dem Kennwort Unternehmen Otto, gemünzt auf Otto von Habsburg. Wien, Bundeskanzleramt. Die Frage ist, soll man, kann man der Erpressung widerstehen? Was wollen die Österreicher? Unabhängig bleiben oder den alten Traum vom Großdeutschen Reich verwirklicht sehen? Trotz Hitler oder wegen Hitler? Schuschnigg ahnt, dass er verloren hat. Er nimmt, wie von Hitler verlangt, seinen Gegenspieler Arthur Seis-Inquad in die Regierung. Seis-Inquad, damals kein ganz wilder Nazi, aber ein großdeutscher Nationalist. Schuschnigg fährt doppelgleisig. Einerseits erfüllt er das Diktat von Berchtesgaden, andererseits versucht er, Österreichs Unabhängigkeit zu retten. Vor der Bundesversammlung des autoritären Ständestaats ein leidenschaftlicher Appell, zwölf Tage nach dem Treffen auf dem Obersalzberg. Die österreichische Regierung gibt ihre Aufgabe darin, den Frieden nach außen mit allen ihr zustehenden Möglichkeiten zu sichern und den Frieden im Innern nach bestem Wissen und Gewissen zu verbreitern und zu wahren. In der Erfüllung dieser Aufgabe erblickt die österreichische Regierung zugleich ihr volles und uneingeschränktes, von der ganzen Kraft und Überzeugung getragenen Bekenntnis zu ihrer deutschen Pflicht. Otto von Habsburg, damals 25, durch die Umstände verhinderter Thronfolger, versucht aus dem Exil den Anschluss zu verhindern. Möglichst sogar in der Rolle des Kanzlers. Ich habe einen Brief an Schuschnik geschrieben, knapp vor dem Anschluss, weil ich damals gesehen habe, dass sich nichts mehr anderes machen lässt. Schuschnik war entschlossen, nicht zu kämpfen, wohl zu protestieren und soweit als möglich die Unabhängigkeit aufrecht zu erhalten, aber er war zur militärischen Aktion nicht zu bewegen. Und darum war dieser Brief der letzte Versuch, die militärische Aktion zur Verteidigung Österreichs durchzusetzen. Eine Mobilisierung innerhalb des Landes herbeizuführen, Kräfte einzuschalten, die im Schuschnik-Regime nicht eingeschaltet waren, wie zum Beispiel die Sozialdemokraten. Und auch in sehr großem Ausmaß den Bauernbund, der allerdings mehr in der Regierung vertreten war, durch den Landeshauptmann Reiter. Und außerdem, um einen Willen zum Widerstand zu haben. Und wenn der Schuschnik das nicht gewollt hätte, wie er es ja auch tatsächlich nicht gewollt hat, wollte ich ihm damit sagen, ich bin jedenfalls bereit, es zu machen, wenn Sie auch zumindest als Aktionstheorie annehmen, dass ein Widerstand sinnvoll ist. Maßgebend muss bleiben, der feste Wille des österreichischen Volkes und die unabänderliche Überzeugung seiner verantwortlichen Führung, dass unser Österreich Österreich bleiben muss. Ein berühmt gewordener Schwur, 15 Tage vor der ruhmlosen Kapitulation. Sie sind in den Tod, Rot, Weiß, Rot, Österreich! Es war als eine große Schwäche, dass er immer widerspruchsvolle Sachen gesagt hat. Er hat gesagt, auf einer Hinsicht, wir sind ein österreichisches Volk und zugleich hat er gesagt, wir sind Deutsche. Dann hat er gesagt, wir haben eine autoritär ständische Regierung und zugleich hat er gesagt, wir sind eine Demokratie. Er sagt auf den einen Fall, wir werden bis in den Tod kämpfen und danach sagt er, ich will kein Blut vergießen. Wie soll ich bis in den Tod kämpfen, wenn ich kein Blut vergieße? Und so, dieser Widerspruch bei ihm, der ein tragischer Widerspruch war in der Seele eines Menschen zwischen den Fronten und zwischen den Zeiten, das ist etwas, was ich immer sehr verurteilt habe, auch wenn ich persönlich die größte Hochachtung zu ihm hatte. Innsbruck, Landeshauptstadt von Tirol. Hier legt Schuschnig am 9. März seine Karten auf den Tisch. Im Landeshaus verkündet er den allerletzten Rettungsversuch. Alois Lugger, später Landeshauptmann von Tirol und Präsidentschaftskandidat der ÖVP, erinnert sich. Schuschnig war der Überzeugung, dass man nun das Volk von Österreich antworten lassen muss. Und er hat hier bei einer Rede in Innsbruck dann österreichweit den Aufruf abgegeben, stimmen wir ab, wir Österreicher, mit der Formulierung, sind Sie für freies, unabhängiges Österreich. Das war also die Formulierung für Schuschnig und er wollte abstimmen lassen. Ein heftiger Viertage-Wahlkampf. Wissenschaftler sind sich heute einig, wäre Schuschnigs Volksbefragung zustande gekommen, hätten mindestens zwei Drittel seine Frage mit einem Ja für Österreich beantwortet. Das Café Zentral, vor 50 Jahren Treffpunkt von Wiener Intellektuellen. Der Dichter Erich Fried, Sohn einer jüdischen Familie, damals ein politisch interessierter Oberschüler. Kein Mensch oder nur eine kleine Minderheit hatte das alte Regime wirklich geliebt. Vielleicht ein, zwei Burschen in unserer Klasse. Die meisten waren entweder Linke oder waren illegale Hitlerjungen. Natürlich wusste jeder von jedem, was er ist. Wir haben uns auch oft gestritten. Aber es hat nie jemand einen anderen denunziert. Und auch die Nazis haben frohlockt und gesagt, das ist das Ende von Österreich. Aber in den letzten Tagen, als der Schuschnig die Volksabstimmung haben wollte, haben sie lange Gesichter gemacht, weil sie gewusst haben, sie würden das verlieren. Und unser Naziführer, der mit mir denselben Schulweg hatte, hatte am ersten Tag nachher zu mir gesagt, das war mein ärgster Albtraum, das ich gedacht habe nach der Volksabstimmung. Da wäre ich dein erfreutes Gesicht sehen, das wir verloren haben. Und er dachte, na dann gibt es das wenigstens zu, dass er verloren hätte. Ja, das hat er zugegeben, als ehrlicher Mann. Im Straßenbild die Fahnen von Schuschnigs Vaterländischer Front. Der Kanzler sucht ein Zweckbündnis mit der bislang verfemten Linken. Aber nun auch die Nationalsozialisten. Schon mit deutschem Gruß die Polizisten des Innenministers Seis Inquad. Die letzte Nacht der unabhängigen Republik Österreich. Die Nazis melden sich zurück aus der Illegalität. In diesen Bildern beherrscht die österreichische NSDAP die Straße. Aber ihre Organisation ist für eine Machtergreifung ohne Hilfe von außen noch zu schwach. Doch die Mehrheit will pro Österreich stimmen. Auch Stella Katmann, die hier bis zum Deutschen Einmarsch eine Kleinkunstbühne betreibt. Sie erzählt, wie ihr langjähriger Mitarbeiter sich in diesen Tagen als Nazi entpuppt. Auf dem abendlichen Heimweg durch die demonstrierenden Massen. Nun, wir gingen nach einiger Zeit, sagte Herr Wiesinger. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ich bin seit 1935 Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Draufhin meine Mutti, Herr Wiesinger, ich habe Sie für einen anständigen Menschen gehalten. Ich habe Sie natürlich gleich gestoßen und sagte, ja, schauen Sie, Herr Wiesinger, meine Mutti ist eine Österreicherin, meine Großmutter, meine Urgroßmutter. Wir sind in Wien. Wien lieben wir. Und wenn der Hitler kommt, werden wir kein Österreich mehr haben. Aber was freut denn eine eigene Frau? Ganz im Gegenteil. Der Führer ist doch selber ein Österreicher. Die Beefgäste, die werden sich anschauen. Mein Gott. Nein, nein, da brauchen Sie keine Angst haben. Wirklich nicht. Naja, also, zwei Tage später wurde Österreich zu Deutschland einverleibt und wurde ein Gau. Das Bundeskanzleramt am 11. März. Schuschnicks Stunden als Kanzler eines unabhängigen Österreichs sind gezählt. Hitler will der Volksbefragung zuvor kommen, denn wenn Schuschnick sie gewinnt, ist Österreich keine leichte Beute mehr. Hinter den Kulissen werden die Drohungen und Erpressungen immer massiver. Seis-Inquad fordert nun im Auftrag Hitlers, die Volksbefragung abzusagen. Die Forderung wird erfüllt. Schuschnick hat das Schicksal seines Vorgängers vor Augen und hier in seinem Amtszimmer ist es geschehen. Draußen fordert die Straße den Anschluss. Freilich, die ihn ablehnen, zeigen es nicht mehr öffentlich. Berlin, ehemaliges Reichsluftfahrtministerium. Heute Ostberliner Haus der Ministerien an der Mauer. Von hier dirigiert Hermann Göring per Telefon den Anschluss Österreichs. Ausschnitte aus Gesprächen mit Seis-Inquad am 11. März. Klare Anweisungen aus Berlin, die der Vertrauensmann in Wien weiterzugeben hat. Guten Tag, Herr Doktor. Wie steht es bei Ihnen? Sind Sie zurückgetreten? Kanzler Schuschnick hat sich zum Bundespräsidenten begeben, um seine und die Demission des gesamten Kabinetts einzureichen. Ist damit auch der Auftrag zur Kabinettsbildung an Sie sichergestellt? Ich erkläre kategorisch, dass dies außer der Demission Schuschnicks eine unumstößliche Forderung bedeutet. Ich habe dem Bundespräsidenten den Vorschlag gemacht, mir die Kanzlerschaft zu geben. Das dauert bei ihm im Allgemeinen drei bis vier Stunden. Was die Partei betrifft, so haben wir noch nicht die Möglichkeit, die Partei wiederherzustellen, haben aber die Formationen SA und SS angewiesen, dass sie den Ordnungsdienst übernehmen. Die Sache ist jetzt im Rollen. Also bitte, es muss jetzt sofort dem Bundespräsidenten mitgeteilt werden, dass er unverzüglich Ihnen die Macht zu übergeben hat, als Bundeskanzler. Wenn er nicht unverzüglich die Forderungen annimmt, dann erfolgt heute Nacht der Einmarsch der bereits an der Grenze aufmarschierten und anrollenden Truppen auf der ganzen Linie. Und die Existenz Österreichs ist vorbei. Also bis 19.30 Uhr Meldung. Alles Gute. Heil Hitler. Bundespräsident Miklas, er sträubt sich, solange es geht. Bundeskanzler Schuschnigg, er resigniert am Abend des 11. März. Um 19.50 Uhr spricht er aus dem Kanzleramt über den Rundfunk zum letzten Mal zu seinem Volk. Österreicher und Österreicherinnen, ich stelle fest, vor der Welt, dass Nachrichten, die in Österreich verbreitet wurden, dass Arbeiterunruhen gewesen seien, dass Ströme vom Blut geflossen seien, dass die Regierung nicht Herr der Lage wäre, dass eigene nicht hätte Ordnung machen können, von A bis Z erfunden sind. Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen Volk mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichern. Wir haben, weil wir um keinen Preis auch in dieser ernsten Stunde nicht, deutsches Blut, die vergießend gesonnen sind, unserer Wehrmacht der Auftrag gegeben, für den Fall, dass der Einmarkt durchgeführt wird, ohne wesentlichen Widerstand, ohne Widerstand sich zurückzuziehen und die Entscheidungen der nächsten Stunden abzuwarten. so verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volk mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch. Gott schütze Österreich! Gott schütze Österreich! Danach die österreichische Bundeshymne, die letzten Takte langsam wie ein Trauermarsch gespielt, dafür hat der Mann, der im Rundfunk diese Weisung gegeben hat, einige Monate im Konzentrationslager gesessen dann und dann kamen schon Nazi-Lieder, Sturm, 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 läutet die Glocke vom Turm und so weiter, Deutschland, Juden, Leute, das blutig, dann beginnen Deutschland, Juden erscheint, das Reich zu gewinnen, Deutschland der Wache, Deutschland der Wache unter dem Donner der Rache und das war ein kleiner Weltuntergang. Sieg für Hitler. Auch ohne Abstimmung. Seine Anhänger verlangen Einlass in das Kanzleramt. Noch ist Seis-Inquad nicht Bundeskanzler. Bundespräsident Miklas wehrt sich bis tief in die Nacht. Draußen sind sie alle da, die jahrelang im Untergrund auf diesen Tag gewartet und sich vorbereitet haben. So kamen wir von allen Bezirken in die innere Stadt, wurden schon da und dort jubelnd begrüßt, die ersten Hakenkreisfahner zeigten sich. Natürlich, das muss man sich sagen, daran dachte niemand von uns, denn wir waren ja die Sieger über die Alten schlechthin, dass andere Menschen sich in ihren Wohnungen versteckten, Angst hatten, verzweifelt waren, viele schon die Koffer packten und einfach an Flucht achten. Parteigenossen, der Bundespräsident hat den Rechtsanwalt Dr. Arztur Seis-Inquad zum Bundeskanzler ernannt. Nachts um 1.10 Uhr inzwischen 12. März. Der Verkünder heißt Dr. Juri und ist im Übrigen vergessen. Der ernannte Bundeskanzler Seis-Inquad glaubt in diesem Augenblick noch an eine österreichische Lösung. Er will einen Verbund mit dem Reich, doch keine Einverleibung. Aber am Morgen danach, deutsche Luftwaffe überwien. Unübersehbar, unüberhörbar hat Österreich aufgehört, ein selbstständiger Staat zu sein, wenn es auch formal noch besteht. Seis-Inquad tritt sein Amt an, ohne zu ahnen, wie kurz seine Amtszeit sein wird. Die Nazi haben in Österreich schon am 11. März die Macht ergriffen, noch bevor die Deutschen einmarschiert sind. Das ist die Realität. Der Übergang vom schwarzen Faschismus zum braunen Faschismus innerhalb des Justizapparats, der Polizei und so weiter ist eine klare Sache gewesen. Als Kind kann ich mich noch erinnern an diese Situation der vergeblichen Hoffnung. Und den nächsten Tag, oder übernächsten Tag, als wir in die Schule gegangen sind, waren Parolen geschrieben, gemünzt auf Dr. Schuschnig, dem schwarzen Diktator Österreichs. Der Kurt ist fuhrt die Missgeburt, jetzt geht's uns gut. 12. März, ab 5.30 Uhr, Einmarsch. Überall an der deutsch-österreichischen Grenze die gleichen Bilder. Kampflos rückt die deutsche Wehrmacht ins Nachbarland ein. Es ist nicht bekannt, dass irgendwo an diesem Tag ein Schuss gefallen wäre. Das Kräfteverhältnis, österreichisches Bundesheer 60.000 Mann, deutsche Wehrmacht, 600.000 Mann. Gut 100.000 davon rücken in Österreich ein. Der Einmarsch ist keineswegs präzise vorbereitet. Es gibt ungezählte Pannen. 30% des Gerätes fallen aus. Die Bilder zeigen das nicht. Braunau am Inn. Österreichische Kleinstadt unmittelbar an der Grenze zu Bayern. In dieser Stadt ist Adolf Hitler geboren, als kleiner Leute Kind. Hier will er als Triumphator das angeschlossene Österreich betreten. Blick auf sein Geburtshaus. Auch in Braunau rückt die Wehrmacht über die Grenze. Damals als Leutnant dabei Ernst Färber, später ein Vier-Sterne-General der NATO. Sein Bataillon wartet auf den Einmarsch. Zum Bataillon zurückgekehrt kam ein Reserveoffizier, der offenbar mit der Partei und mit Österreich gewisse Beziehungen gehabt hatte, auf die glückliche Idee, sich im Zivil, im Einvernehmen mit den beiderseitigen Zöllnern, nach Braunau zu begeben, um nachzusehen, was da eigentlich gespielt wurde. Er kam nach einiger Zeit zurück und berichtete, die Bevölkerung warte sehnsüchtig auf unseren Einmarsch. Es sei sogar, wenn ich mich richtig erinnere, ein Faskelzug zu unseren Ehren geplant und irgendwelcher Widerstand oder irgendwelche Schwierigkeiten seien nicht zu erwarten. Wir waren voll mobil gemacht, aber wir hatten keinerlei Befehle, etwa anzugreifen oder Widerstand zu brechen. Das war als Möglichkeit natürlich, stand uns als Möglichkeit vor Augen, aber war nicht konkretisiert durch irgendwelche Weisungen, die wir bekommen hatten. Wenige Stunden nach seinen Truppen fährt Hitler hier am 12. März über den Inn. Zu diesem Zeitpunkt kann er, trotz aller für ihn erfreulichen Berichte, noch nicht genau abschätzen, wie groß die Zustimmung der Österreicher ist. In Braunau hält er sich nur kurz auf, steigt nicht einmal aus dem Wagen. In der Kolonne Reinhard Spizzi, Mitarbeiter des Reichsaußenministers. Ich war mit dem General Bodenschatz, damals noch Oberst Bodenschatz, im dritten Wagen, kamen zur Grenze, dort empfing uns schon der neue Bürgermeister. Er unrasiert und kerkerbleich, man hatte ihn gerade aus dem Kerker herausgeholt, wo er saß. Ich gebe zu, Bodenschatz und mir flossen in unseren staubbedeckten Gesichtern die Tränen herunter. Ich war so glücklich wie nie mehr in meinem Leben eigentlich in dem Moment. Wir kamen dann nach Österreich herein, der Jubel war ungeheuer. Die Leute standen an den Wegen und grüßten das Bundesheer, lungerte eigentlich zwischen Apfelbäumen herum und hatte es sich da gemütlich gemacht. Und so wurde der Zug nach Linz zu immer begeisterter, immer mehr Leute waren herbeigesträumt. Linksfahren. Der ungewohnte Linksverkehr ist wohl das einzige Problem, das Österreich der Wehrmacht bereitet. Doch das Land wird auch in dieser Hinsicht rasch auf rechts umgestellt. Diese Stimmung der Bevölkerung, die ja durch unseren ganzen Einmarsch hindurch anhielt und die sich auch in den Quartieren zeigte, in denen unsere Soldaten bei der Bevölkerung einquartiert waren, war für uns zunächst einmal die Erleichterung, dass es zu keiner irgendwie gearteten militärischen Auseinandersetzung gekommen war, der Jubel der Bevölkerung und dann in den nächsten Tagen die bekanntgegebenen politischen Ereignisse, nämlich die Eingliederung Österreichs in das Deutsche Reich, wurden von uns allen genauso empfunden wie von der Bevölkerung, nämlich als ein ganz legaler Akt einer Wiedervereinigung historisch zusammengehöriger Staaten. Wiedervereinigung. Das ist das damals gebräuchliche Wort für den Vorgang, der sich vollzieht. Linz an der Donau. Hier hat Adolf Hitler seine Jugend verbracht. Er hat Großes vor mit dieser Stadt. Ein Zentrum deutscher Kunst soll sie werden. Am 12. März Jubel, nicht nur von den Nazis. Doch von den daheim gebliebenen Nichtjublern gibt es keine Bilder. Ehe der Führer einzieht, kommt ein Vorbote des Grauens. Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Ein früherer Linzer SA-Mann erinnert sich an diesen Tag. Man hatte damals 50.000 bis 60.000 Menschen am Hauptplatz gesetzt, die auf die Ankunft des Führers gewartet haben. Und um 4.00 Uhr, 5.00 Uhr, 6.00 Uhr hieß es, er wird bald kommen. Doch wurde er durch die Fahrt durch die verschiedenen Orte so lange aufgehalten, dass es bis zur Dunkelheit kam, dass Hitler in Linz einfuhr. Währenddessen wurden immer Sprechchöre laut und die immer schon auf die Ankunft Hitlers hin mit Jubel warteten. Um ca. 7.30 Uhr, halb 8.00 Uhr abends, ungefähr mit Dunkelheit schon, traf Hitler am Hauptplatz an. Es war ein Jubel, Tränen in den Augen, Freude, leuchtend, jung und alt, alles hat gegrüßt. Alles hat die Hand zum Gruß erhoben und man kann das einfach nicht so schildern, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Diese Begeisterung, es war zweifach eine Begeisterung. Einerseits die Befreiung von Not und Elend, das man sich erhoffte und von diesem hässlichen, genseitigen Kampf. Und andererseits die Begrüßung Adafiklas in Linz. An die Begrüßung, mich rausziehen. Ohne... Also vor Linz war die Sache mit dem Anschluss noch gar nicht klar. Wir hatten alle nicht gedacht, dass so eine hundertprozentige Lösung gleich kam. Zu dieser Auffassung kam wohl Hitler erst durch Telefonate mit Göring, der ihm mitteilte, dass in Wien praktisch die Sache soweit schon wäre. Und dann auch die ungeheure Begeisterung am Abend, die hat ihn mitgenommen und sagte sich, mein Gott, warum soll ich nicht alles haben? Und da in dieser Nacht entschloss er sich, den Anschluss vollkommen zu vollziehen. Zu nächtlicher Stunde ziehen, umbraust vom Jubel der Wiener Volksgenossen, die ersten deutschen Truppen im befreiten Wien ein und defilieren vor ihrem Kommandeur, Generalleutnant Guderian. Nach der Defilierung verbrüdern sich deutsche und österreichische Soldaten unter dem Jubel der Bevölkerung. Österreich ist frei. Österreich ist nationalsozialistisch. Österreich ist wieder die Ostmark des Reiches. Kriegsministerium Wien. Es gibt keinen Befehl zum Widerstand. Ein junger Offiziersanwärter, Jahrzehnte später ranghöchster österreichischer General, Emil Spanocki. Das österreichische Bundesheer war diszipliniert und gehorsam. Ich bin heute hundertprozentig überzeugt, so wie ich es damals war, es hätte auf Befehl auf die deutsche Wehrmacht geschossen. Ich bin fast sicher, dass ein politisch ungehares Problem geworden wäre, wenn wir geschossen hätten. Dann war es plötzlich aus, das wissen wir alle. Außer einem weinerlichen Botschü zu Österreich kam da nichts von oben. Zu behaupten, dieses österreichische Bundesheer hätte nicht den Befehl zum Einsatz befolgt, also hätte nicht geschossen, halte ich auch heute noch für eine jämlige Entschuldigung eines politischen Versagens. Bruno Kreisky, Sozialdemokrat, späterer Kanzler, ist anderer Meinung. Zum Bundesheer habe ich nichts gehalten damals. Und das war sicherlich nicht in der Lage, weil es ja durchsetzt war, bis hinauf zu den höchsten Offizieren mit Nazis. Von dort her hätte keine Verteidigung geleistet werden können, aber Sie können sicher sein, dass in Wien, in Wiener Neustadt, in St. Pölten, in der Obersteiermark, überall in den großen Industriegebieten ungeheure Widerstandsgebiete geworden wären. Und wer dort hineingekommen wäre, in diese Teile Österreichs, hätte es sehr bald mit dem Widerstand zu tun gehabt. Und ob eine reguläre Armee wie die Deutsche das riskiert hätte. Die Frage ist, ob die militärische Disziplin gehalten hätte. Ich glaube, ja. Schauen Sie, das habe ich auch gesagt und zum Entsetzen mancher Leute. Nun, die, die gesagt hätten, ich rebelliere, ich bin also für Hitler, wenn ich die ersten fünf an die Wand stelle, der Rest pariert. Und in einem solchen Augenblick gibt es nichts anderes, wenn das Land zu einer tödlichen Gefahr bedroht ist. Die Frage ist, wenn wir ein, zwei, drei Tage Widerstand geleistet hätten, ob sich nicht in der europäischen Landschaft etwas geändert hätte. Die Nachbar, die Tschechoslowakei, ob nicht Frankreich, ob nicht England dann zu einer anderen Meinung gekommen wäre und nicht zu der, die sie nachher hatten. Ich würde sagen, die Österreich waren eh glücklich, dass sie, dass sie, also, dass Hitler einmarschiert ist, nicht? Ich könnte mir vorstellen, gerade auch aus meinen sehr starken Kontakten mit dem deutschen Widerstand, speziell im Gruppe um General Beck, dass wir vielleicht da eine Chance gehabt hätten, noch einmal den deutschen Widerstand zu motivieren. Denn, wissen Sie, eine Armee butscht niemals gegen eine erfolgreiche Regierung. Wenn aber diese Regierung auf Schwierigkeiten stößt, dann ist es etwas anderes. So, dass ich hier eine Chance gesehen hätte, vielleicht, bitte, das kann man heute nicht mehr sagen, dass die Chancenzweifel so nicht gegen uns waren, ist auch vollkommen klar. Was der Anschluss an sich zur Folge gehabt hat, war, dass er die ganze Offensive Hitlers nach dem Osten akzeleriert hat, da er den Krieg vielleicht noch schneller herangebracht hat, wie er ansonsten auf alle Fälle eingetreten wäre. Er hat auf der anderen Seite, durch den doch sehr tiefen Schock, den Österreich geschaffen hat, Österreich etwas aus dem Trauma, aus dem Ende des Ersten Weltkrieges herausgeholt und hat dann die Renaissance Österreichs doch ermöglicht. Wien hat Anfang 1938 fast 1,9 Millionen Einwohner. Es wird gesagt, zu Hitlers Empfang sei ganz Wien auf den Beinen gewesen. Aber es ist daran zu erinnern, dass die Wochenschauen und Filme von damals nicht die Daheimgebliebenen zeigen. Immerhin zeigen sie eine Stadt, die binnen Stunden das Gesicht deutscher Städte unterm Hakenkreuz angenommen hat. 14. März nachmittags. Hitler an der Stadtgrenze Wiens. Er hat gewartet, bis Wehrmacht und SS hier alles unter Kontrolle haben. Rückkehr in eine Stadt, in der Hitler viele persönliche Niederlagen erlebt hat, die ihn aber gleichzeitig geprägt hat, nicht zuletzt in seinem fanatischen Antisemitismus. Bilder eines Triumphes. Bilder eines Triumphes. Der gescheiterte Kunststudent von einst, der Mann aus dem Männerwohnheim, residiert nun im Hotel Imperial, der ersten Adresse Österreichs. Die Massen wollen ihren Führer hören. Mikrofone sind vorbereitet. Aber Hitler spart sich seine Worte für den ganz großen Auftritt am nächsten Tag. Das Judenviertel von Wien. Hier geht die Angst um. Die sogenannte Reichskristallnacht steht zwar noch bevor, doch die meisten Juden wissen, was im Reich geschieht und was ihnen jetzt blüht. Rund 180.000 leben in der Stadt. Die größte jüdische Gemeinde im deutschen Sprachraum. Fast jeder zehnte Wiener ist Jude. Ein Jahr später hat sich diese Zahl halbiert. Wer kann, bemüht sich im März 38 um die Ausreise oder flieht lieber gleich. An den offenen Ausbruch des latenten Antisemitismus erinnert sich eine Frau, die viele Juden zu Freunden hatte. Hinter uns sind Leute gegangen, die haben angefangen, diese gewissen Sprechchöre, Judaverrecke, haben sich andere umgedreht und gesagt, entwei den Tag unseres Führers nicht, sonst heute auch nicht einig. Und so hat sich das Ganze abgespielt. Die einen waren von einer unglaublichen Begeisterung und wollten das mit dem Feiern, also einem Festtag. Die anderen haben sich schon gefreut, was da jetzt wieder für ein Theater sein wird, für ein Grasames, auf das sie sich schon vorbereitet haben. Weil in derselben Nacht sind dann noch sehr viele Judengeschäfte geplündert und zerschlagen worden und beschmiert worden mit Aufschriften. Wie im Reich, der Mob tobt sich aus, mit höchster Billigung. Mit dem Zug nach Warschau oder Prag oder Budapest, in Sicherheit, in Sicherheit, aber nur für kurze Zeit, wie wir heute wissen. Auch Frau Seemanns Freunde fliehen, mit ihrer Hilfe. Sie selbst wird dabei verwechselt. Sie war nur Halbjüdin und hat sich da nicht so bedroht gefühlt und ist zurückgeblieben, um noch Sachen zu ordnen. Und sie ist dann in meine Wohnung gegangen, gar nicht mehr zu sich nach Haus. Und ich wurde dann von den SA-Leuten, die dort herumgeschwirrt sind und sich diese Judenwohnung angeschaut haben, wurde dann einfach als Jüdin mitgenommen. Und da kamen noch andere Männer, alte Männer. Und da wurden wir die Stiegen runter und unten waren Kruppenkreuze gemalt. Die waren mit schwarzer Farbe unten auf dem Plaster. Und da mussten wir hin und da kam plötzlich die Hausmeisterin mit einem Kiebel voll schäumender Lauge und hat erklärt, also das müsste weg und das müssten wir machen. Und ich habe versucht, das gebückt zu machen, durfte ich aber nicht, musste knien. Und die anderen haben sich auch niedergekniet. Ich glaube, es waren Fünfe. Und wir haben da geribbelt. Aber ich muss sagen, dass die Vorübergehenden sich überhaupt, die haben sich geniert. Es war in Österreich mit ziemlicher Brutalität. Die Juden wurden abgeholt, um auf der Straße die Losungen zur Wahl mit bloßen Händen oder mit ihren Jacken abzuwischen. Und da haben sie manchmal die Lauge noch verstärkt durch Chemikalien, dass sich die Leute die Hände zerfressen haben. 5. März 1938, Hitlers großer Tag. Aus Wien und Österreich strömen seine Anhänger zusammen, um ihren Führer zu feiern. Alle Welt wird diese Bilder sehen und sagen, sie wollen ihn ja. Warum sollen wir sie daran hindern? Das sind bisher unveröffentlichte Aufnahmen. Sie zeigen, dass die Kundgebung nicht nur spontan ist. Zehntausende aus allen Teilen Österreichs rücken an, in organisierten Kolonnen. Wie viele Menschen fasst der Heldenplatz? 50.000 bis 300.000 werden geschätzt, je nach politischen Standort. Der Wahrheit am nächsten kommt wohl die Zahl 200.000. Der Heldenplatz mit der alten und der neuen Hofburg. Den Denkmälern der Nationalhelden Erzherzog Karl und Prinz Eugen. Pompöse Kulisse aus der K&K-Monarchie. Bühne für eine dramatische Inszenierung. Auftritt Beim genauen Hinsehen glaubt man zu erkennen, dass Hitler selbst von der Inszenierung und ihrem Anlass überwältigt ist. Vom Balkon der neuen Hofburg wird er seine Rede halten. Ankündigen darf ihn Arthur Seyss-Inquad, Kanzler für dreieinhalb Tage. Hitler hat ihm soeben eröffnet, Österreich sei ab sofort Teil des Deutschen Reiches. Und er, Seyss-Inquad, ab sofort nur noch Reichsstadthalter. Heute grüßen alle Deutschen aus der Ewigkeit den Führer aus dem Polender. Heute grüßt der Führer das neue, ewige Deutschland. Das sind weitere bislang unveröffentlichte Aufnahmen. Deutsche Männer und Frauen, in wenigen Tagen hat sich innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft eine Umwälzung vollzogen, die wir heute wohl in ihrem Umfang sehen, deren Bedeutung aber erst väterige Schlechter ganz ermessen werden. Ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Sie entspricht dem Gebot, das einst die deutschen Siedler aus allen Gaulen des Altreichs hierhergerufen hat. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Ball werden. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das deutsche Reich. Deutschland und unser neues Krieg, die Nationalsozialistische Partei und die Wehrmacht unseres Reiches. Sicherheit! Wie überhaupt diese Tage ein Rausch in der Erinnerung, für mich rauschhafte Augenblicke. Ein Psychologe würde vielleicht sagen, das Gefühl einer, wie unter dem Einfluss von Drogen, einer Existenzarbeiterung. Wir standen auf einem Platz, dort sind die Denkmäler des Prinzen Agen und Radetzkis und die ganze Kulisse erinnert an diese halbtausendjährige Vergangenheit Österreichs, die ja ständig ein Teil der gemeinsamen deutschen Geschichte war, wobei Deutsch hier nicht eng nationalstaatlich verstanden werden darf. Und in diesem Augenblick nun, in diesem Menschenmehr, hingerissen von dem Augenblick, das, was die älteren Menschen uns nicht glauben wollten, wir würden es schaffen, in eine andere Existenzform politische, menschliche, soziale, überzutreten. Das war da heute, rückblickend, das ist einem im Kopf, so wie wenn Wind in Asche fährt. Ich würde sagen, dass doch sehr, sehr viele, so wie wir, als Neugierde mitgegangen sind, sich das angeschaut haben und dass es durchaus nicht voller Parteigänger oder auch Sympathisanten war. Den Eindruck hatte ich also wirklich nicht. Im Gegenteil, wir haben uns noch im Gespräch getröstet, weil wir das furchtbar fanden, auch die Rede furchtbar fanden. Und sie gedacht haben, das kann sich nicht halten. Und es waren auch viele Juden, die gesagt haben, also wir waren da nicht aus, weil der ist viel zu blöd, der kann sich nicht halten. Ich war am Heldenplatz. Ich wurde hinkommandiert, zusammen mit meinen Kameraden, nicht in Formation, sondern zur Füllung. Ich bin mitten unter dieser hysterischen Menge gestanden, wo alles durcheinander geschrien hat. Aber meine Kameraden zum Beispiel, auch die, die vielleicht Nazi waren, ohne dass ich es wusste, haben nicht geschrien. Und das Erstaunliche in der Erinnerung war meine innere Einstellung eigentlich als Flucht zur deutschen Wehrmacht. Nach dieser Hysterie paradierten die deutschen Bataillone vorbei. Und ich gebe zu, dass ich sie damals als den einzigen mir bewusst werdenden Teil dieses Aktes gesehen habe, wo ich Recht und Ordnung wenigstens erhofft habe. Das österreichische Bundesheer wird bis auf politisch unzuverlässige Offiziere umgehend in die deutsche Wehrmacht integriert. So kommen auch Österreicher in ein paar Jahren bis El Alamein und Stalingrad. Hitler kehrt noch am 15. März zurück nach Berlin. Im Tempelhof begrüßt ihn Josef Goebbels. Die zweite triumphale Fahrt an einem Tag. Wie soll ein Mensch dabei nicht größenwahnsinnig werden? Mit Brutalität und Geschick hat Hitler die Verträge von Versailles und Saint-Germain zu Makulatur gemacht. Das Rheinland besetzt, aufgerüstet, Österreich heim ins Reich geholt. Niemand ist ihm in den Arm gefallen. Also wird er weitermachen. Wenige auf den Straßen Berlins können sich an diesem 15. März 1938 vorstellen, wie bald es bergab gehen wird. Hermann Göring, der Organisator des Anschlusses, zeigt sich mit einem zufriedenen Hitler. Die Annexion hat sich auch wirtschaftlich gelohnt. Riesige Erzvorkommen in der Steiermark, kriegswichtige Metalle wie Blei und Zink, Arbeitskräfte für die Rüstungsindustrie, Gold und Devisen im Wert von 1,3 Milliarden Reichsmark. Zurück nach Wien. Schneller als es sich die meisten Österreicher haben träumen lassen, sind sie gleichgeschaltet. Der Anschluss ist total. Berlin gibt den Takt an, Wien spielt die zweite oder dritte Geige. Himmler inspiziert die Wiener Polizei, die jetzt Preußen-Chakos tragen darf. Der kleine Herr im hellen Mantel heißt Bürkel, kommt direkt aus dem Saarland und hat mit Wien nichts zu tun, außer dass er jetzt hier Gauleiter geworden ist. Viele Österreicher finden das verwunderlich. Es gab viele, auch Nationalsozialisten in Österreich, die sich das unter dem Anschluss nicht vorgestellt haben, was er war. Also etwa eine quasi Annexion Österreichs durch den preisischen Nationalstaat. Es gab viele Anschlussfreunde, die sich ganz etwas anderes, eine Lebensgemeinschaft deutscher Stämme, Völker, Landschaften. Und so waren dann auch die ersten Monate. Hier wurde eine Politik praktiziert, die schon zu erster Ernüchterung Anlass gab. Armenspeisung. Der berühmte bayerische Hilfstrupp bringt den Wienern Brot und Suppe. Die Armen können es brauchen, aber viele Österreicher fragen sich, wie weit ist es eigentlich mit uns gekommen? Für die breitere Masse kam natürlich auch zum Vorschein, dass es Reglementierungen gab, dass man das Gefühl hatte, man werde hier von Preußen oder Saarländern geschurriegelt. Die Österreicher würden nicht so aufgenommen, wie sie erhofft hatten, sondern eher als ein Rest von Softies, die also mit Musik und Wein, Weib und Gesang vielleicht die Szene des Dritten Reiches beleben könnten, aber in der politischen und historischen Substanz nicht so gefragt waren. Was ja auch stimmte, denn Hitler hatte zu dem alten Österreich ein gelinde gesagt sehr schwieriges Verhältnis. Schon wieder ist Wahlkampf. Volksabstimmung. Diesmal ist es Hitler, der am 10. April das ganze deutsche Volk in allen Gauen fragen lässt, ob es mit der Wiedervereinigung zufrieden ist. Die Parole heißt, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Und so sieht Wahlkampfwerbung im Jahre 1938 aus. Noch ohne Fernsehen. Graz, Österreichs Hauptstadt der Bewegung. Hier hat Hitler besonders großen Anhang. Massive Propaganda wie in Deutschland vor der Machtergreifung. Mittlerweile haben selbst die österreichischen Bischöfe empfohlen, für Hitler zu stimmen. Die Gegner sind längst mundtot gemacht. Der Herrgott hat die Völker geschaffen. Was aber Gott einte, sollen Menschen niemals mehr trennen. Und zum heiligen Zeichen dessen will am 10. April nun die ganze deutsche Nation antreten, in allen Gauen des Reiches von Nord nach Süd, los nach West, und will ihr feierliches und heiliges Bekenntnis ablegen. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Volkes wird ein Reich gebaut aufgrund des Willens des Volkes selbst. Damit niemand aus Versehen falsch ankreuzt, wird es Tag für Tag erklärt. Ein Kinowerbefilm von damals. Bitte, ich gehe heute zum ersten Mal wehen. Leiter. Zudem gehen sie hin und sagen ihren Namen und ihre Adresse und zeigen ihm ihr Dokument. Denn einer der Beisitzer schaut jetzt nach, ob der Wähler in der Stimmliste enthalten ist. Jetzt bekommt der Wähler einen Stimmzettel und einen Briefumschlag, mit dem er dort in die Stimmzelle geht. In der Stimmzelle macht man dann mit dem Bleistift in den großen Kreis, bei dem ein Ja steht, ein Kreuz. Auf dem Stimmzettel darf nichts anderes vermerkt werden, als nur das Kreuz in dem Ja-Kreis. Sonst ist der Stimmzettel ungültig. Den Briefumschlag mit dem Stimmzettel übergibt man dann dem Wahlleiter, der ihn ungeöffnet in die Wahlurne legt. Dankeschön. Ist das alles? Eigentlich nicht. Denn nachher, wenn Sie abgestimmt haben, müssen Sie nach Hause gehen und dafür sorgen, dass auch alle Ihre Bekannten rechtzeitig zur Abstimmung kommen. 10. April 1938. Wahltag im ganzen Deutschen Reich, wie hier in Berlin. Ein Diktator beim Wählen. Es ist fast nicht möglich, das Kreuz an der verkehrten Stelle zu machen oder gar der Wahl fern zu bleiben. Ich selbst war ja auch einer, der zur Abstimmung gehen musste. Ich kam in einen Raum hinein. Da war wohl formell irgendwie ein Kasten drinnen. Aber alles musste oder sollte offen abstimmen. Ich auch, ich habe auch abgestimmt im Interesse Hitlers. Ich habe meine Stimme abgegeben, so wie alle anderen. Es ist kein einziger hineingewandert in die Zelle, sondern das war eigentlich ja nur mehr eine Scheinabstimmung. Für uns war es ein Theater. Aber man spielte immer ein Theater mit. Der Reichsstadthalter meldet seinem Führer. Ich stelle fest, dass der Abstimmungsvorgang ordnungsgemäß beendet wurde. Und jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau in voller Freiheit ihre Stimme abgegeben hat. Das Ergebnis kommt über den Rundfunk. 99,73 Prozent Ja-Stimmen in der Ostmark. Niemand wird je wissen, wie viele Österreicher wirklich dafür sind. 90 Prozent, 80 Prozent, 70 Prozent. Jedenfalls die meisten. Auch wenn es viele heute nicht mehr wahrhaben wollen. Wir sind ja das erste Opfer der großdeutschen Eroberungssucht. Zumindest steht sie in den Geschichtsbüchern. Und die Moskauer-Deklaration hat uns auch in diesem Sinn freigesprochen von einer Mitschuld am Großdeutschen Reich. Also ich für ihr würzig halte. Denn wir wissen alle, dass Österreich in puncto Nazi-Tätigkeit, wenn ich da so berühmte Namen habe, wie Hitler, Eichmann, Kaltenbrunner und so weiter, Globotschnig, sei es Inquart nach Holland, brauchen Sie noch fahren. Also wir haben das alles verdrängt und haben uns selber sozusagen freigesprochen von der Nazi-Schuld. Und außerdem bin ich gar nicht der Meinung, dass nur Leute, die Mitglieder der Nazi-Partei waren, Nazi waren. Sondern es gibt so etwas wie einen automatischen Nazi. Die haben wir heute noch in Österreich. Wir dürfen nie wieder bereit sein, den Geist der Demokratie preiszugeben, auch nicht das kleinste Stüchchen der Demokratie, die Bürger preiszugeben. Applaus 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 Ich bitte Sie daher, meine Damen und Herren, sich von Ihren Sitzen zu erheben und so lange in Stille zu verweilen, bis die außerhalb der Mauern des Parlamentsgebäudes stattfindete Gedenkminute abgelaufen ist. Applaus 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 Das waren Bilder, liebe Zuschauer, vom Jahrestag des Anschlusses. So hat Österreich versucht, sein Trauma 50 Jahre später zu bewältigen. Wie aber sehen normale Österreicher dieses Trauma? Wir haben dazu beim Linzer IMAS-Institut eine Umfrage in Auftrag gegeben, mit teils recht überraschenden Ergebnissen, Dieter Zimmer. Applaus Die erste Frage, waren die Österreicher 1938, freilich ohne schon alle Folgen zu ahnen, mehrheitlich für oder gegen den Anschluss? Genau jeder Zweite meint heute, damals sei die Mehrheit für den Anschluss gewesen und nur jeder Fünfte glaubt, die Mehrheit sei dagegen gewesen. Der Rest hatte keine Meinung. Interessant, dass unter den Zeitzeugen, also den Österreichern ab 60 Jahren, deutlich mehr der Meinung sind, damals seien die meisten für den Anschluss gewesen. Und war damals die eigene Familie dafür? Das glaubt freilich nur jeder Sechste. Es waren eben immer die anderen. Hätte Österreich damals eigentlich Widerstand leisten können? Nur 10% bejahen diese Frage. 59% hingegen meinen, das sei nicht möglich gewesen. Hier urteilen die Älteren und die Jüngeren ganz unterschiedlich. Österreicher unter 25 halten Widerstand nur zu 45% für sinnlos, die über 60-Jährigen hingegen zu 73%. Ging es den Menschen in Österreich in der kurzen Zeit zwischen dem Anschluss und dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs eher besser oder eher schlechter als vor 38? Jeder Zweite glaubt heute, es sei nach dem Anschluss zunächst besser geworden. Nur jeder Achte meint schlechter. Interessant wiederum, von den Zeitzeugen ab 60 Jahren erinnern sich sogar zwei Drittel, es sei ab 38 zunächst besser gegangen. Glauben Sie, dass heute sachlich und objektiv über die Zeit vor und während des Zweiten Weltkrieges berichtet wird? Oder eher verzerrt und einseitig? Nur einer unter fünf vertraut auf eine sachliche Berichterstattung. Doch fast die Hälfte aller Österreicher ist der Meinung, die Berichte seien verzerrt und einseitig. Das ist ein Vorwurf an die österreichischen Medien. Und schließlich die Frage, soll man die im Zweiten Weltkrieg begangenen Verbrechen wachhalten oder soll man dieses Kapitel abschließen und nicht mehr darüber reden? Nur ein Viertel aller Österreicher will die Erinnerung an diese Verbrechen wachhalten, 60% hingegen wollen das Kapitel Zweiter Weltkrieg endgültig zu den Akten legen. Wachhalten oder abschließen? Diese Frage richte ich gleich weiter an zwei Österreicher. General AD Emil Spannocki, Sie kennen ihn aus unserem Film, und Silvio Lehmann, Soziologe, Sprecher der Anti-Waldheim-Gruppe Neues Österreich. Teilen Sie die Mehrheitsmeinung Ihrer Landsleute, Herr Lehmann? Die 60% die wollen, dass man wieder Ruhe gibt, zeigen in welcher Unschuld man die Leute gehalten hat über die Jahre. Wenn 40 Jahre nach dem Krieg das die Meinung ist, dann sieht man was alles versäumt worden ist. Und dann ist leider Nachsitzen angesagt. Und das ist das, was jetzt Österreich mit seiner sehr unglücklichen zentralen Symbolfigur Kurt Waldheim mitmacht. Muss Österreich nachsitzen in Sachen Anschluss und in Sachen Waldheim, Emil Spannocki? Ich würde sagen, die ganze Frage auch zu vorherigen, möchte ich nicht so undifferenziert kollektiv beantworten. Mit der Vergangenheit Schluss machen, das ist völlig ausgeschlossen. Und ich würde sagen, dass wir in entscheidenden und zentralen Fragen, zum Beispiel die Fragen der Mutlosigkeit oder Neigung zum Nachgeben, zum Kapitulieren, und in der Frage der unfassbaren Haltung der damaligen, vor allem Wiener, Mitbürger gegenüber einem wesentlichen Teil der Bevölkerung, nämlich der Jüdischen, diese Fragen können nie in den Aktenschrank der Geschichte hineinveräumt werden. Jede Generation, auch die nächste, österreichische Generation, wird sich mit der eigenen Geschichte der Europäer auseinanderzusetzen haben. Vor dessen halte ich es für sicherlich völlig verfehlt, so zu tun, als ob das nicht gewesen wäre, und zu versuchen, dass man etwas vergisst, was man sowieso nicht vergessen kann. Österreich muss das selbstbewusst machen, dann muss es aber natürlich die moralisch-politischen Fundamente seines Hauses in Ordnung bringen. Und die sind in Frage gestellt, und für uns ist es daher unabdingbar, obwohl das schon weit über diesen Anlass hinausgegangen ist, dass die zentrale Symbolfigur des Vergessens und Verdrängens einmal still geht. Ich möchte mich also hier deutlich von Herrn Lehmann distanzieren, bitte um Verständnis. Ja, selbstverständlich. Ich bin der Ansicht, dass die Auseinandersetzung über die Causa prima, wie sie hier heißt, eine Angelegenheit ist, die wir intern vielleicht auszutragen oder nicht auszutragen haben, und die in keinem Fall das Thema auch für mich nicht einmal dieses Gesprächs ist. Ich habe genügend gesundes österreichisches Selbstvertrauen, dass ich meine, der heutige Tag ist eher ein Anlass, selbstverständlich sich wieder zu diesem Land zu bekennen, wie wir das ja jetzt seit 40 Jahren tun, und das nicht nur nicht in Frage stellen, sondern heute daran zu denken, genau dabei wollen wir ja wohl bleiben. In diesen Tagen hat Österreich ja besonders viel auszuhalten, vor allem in der ausländischen Presse, die Österreich den Spiegel vorhält und fragt, warum habt ihr eigentlich damals so begeistert zugestimmt? Geht Ihnen das nicht doch ein wenig auf die Nerven? Ja, und zwar einen ganz besonderen Grund. Nicht, dass als solche unberechtigt wäre, das ist verständlich, nur kommt er von der verkehrten Seite. Es wird hier vergessen, dass Österreich das einzige Land war, das durch fünf vorlaufende Jahre vor 38 mit Blut und Tränen gegen die braune Welle gekämpft hat. Zu einer Zeit, wo alle anderen sich mit Herrn Hitler arrangiert haben, und genau diejenigen, die das getan haben, sind am wenigsten berechtigt, wie ich meine, uns heute Zensuren zu erteilen über unser damaliges Verhalten. Das aber soll ja nicht bedeuten, dass ich meine, wir sollten uns nicht selber Zensuren geben. Die sind bitter notwendig, wir haben zu lernen, aus den schweren und eben dann nicht mehr wieder gut zu machenden Fehler der damaligen Zeit. Halten Sie Kritik aus dem Ausland auch für unberechtigt, Herr Lehmann? Gerade weil die Situation so ist, halten wir es für sehr, sehr wichtig, eben auch im Land selbst diese unangenehmen Fragen zu stellen, ohne Antworten vorwegzunehmen oder ohne das gegen ganze Generationen zu richten. Aber man kann eben nicht gewisse Sachen zur Kenntnis nehmen, die Massenhysterie 38, dann was im November passiert ist, was Leute, die aus dem Reich gekommen sind, damals für schlimmer gefunden haben, nicht? Das November-Programm, was in der Nazi-Propaganda dann Reichskristallnacht hieß, wo es hunderte Tote gegeben hat. Also das alles, das kann man nur mit einem Gefühl brennender Scham zur Kenntnis nehmen, nicht? Und dagegen müssen wir ankämpfen. Und da bin ich vollkommen neutral zur Auslandspresse, nicht? Da sind viele Klischees drinnen, Verallgemeinerungen, aber die Inlandspresse ist eher schlimmer, nicht? Also insofern war die ausländische öffentliche Meinung für Österreich durchaus hilfreich, selbst bei allen Überzeichnungen. Ich glaube, was ich zuerst gesagt habe, wir sollen dabei bleiben, die schlimmen und schrecklichen Fehler unserer Vergangenheit, immer wieder zur Kenntnis zu nehmen und daraus zu lernen, dass so etwas nicht wieder passieren kann. Und dabei meine ich nicht, dass das Gleiche passieren kann. Dazu haben sich die Dinge viel zu sehr geändert. Aber die schlechten Eigenschaften der Menschen, die bleiben immer. Die Geschichte als solche wird sich nicht wiederholen. Aber wir sollten lernen, dass die nächsten Generationen nicht mit den gleichen Fehlern, die wir gemacht haben, wieder Schreckliches anrichtet. Das ist das Wesentliche dabei. Und hier möchte ich noch einmal sagen, meiner Meinung nach ist das in allererster Linie unser eigenes Problem. Aber vor dem will ich mich nicht drücken. Das soll und muss hier ständig wieder behandelt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.